das ist ein schönes geschäft magnificent reptiles von der republik kongo jetzt muss mal gucken ob ich es aufkriegen kann ja kriege ich das sind münzen von der republik hier ist demokratik republik of kongo das sind paar münzen wo reptilien repräsentiert das finde ich so schön hier das erste ist ein krokodil das wären dann 30 franken ich weiß nicht wie viel wert das ist das zweite ist ein ich glaube das ist ein komodo war an oder sehr so ähnlich so ähnlich war an auf jeden fall wie viel franken ist es wert 30 franken ich weiß nicht wie viel franken in euro aber es ist egal es ist die geste habe ich geschenkt bekommen dann eine tartaruga oder eine geistes schildkröte 30 franken und dann eine schlange ich würde einfach sagen dass ich da so eine grüne mamma oder auch hier 30 franken also sehr schönes geschenk vielen lieben dank das wird einen ehrenplatz in meiner wohnung haben ehrenmann